Norddeutscher Rundfunk 2021 Und jetzt geht's los! Sebastian Andersson Er schießt! Gleich bringt er die Ecke rein. Ecke kommt ins Zentrum. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Ja, das ist abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Branimir Gotar. Willems. Geht dazwischen und hat der Ball. Inten! Macht er gut! Latte! Aber der Ball ist noch heiß! Wenn der reingeht, wenn der nicht am Alu landet, dann geht sie in Führung, haben sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Anthony Modest. Schön abgebrochen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Der ist der FC Köln hier im Angriff. Also für mich sind sie da aktuell ein wenig zu passiv. Ball kommt in die Mitte. Boah, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt die Ecke. Das müssen sie eigentlich anders lösen. Flanke jetzt. Ja, das ist natürlich Abseits. Ah, das wird sie ärgern. Sie sah gut aus, aber dann tun sie in der Mitte zu wenig, bewegen sie nicht genug. Da haben sie es der Abwehr dann wirklich leicht gemacht. Branimir Gotar. Super dieses Zuspiel. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Stark verteidigt. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Der FC hier in der Vorwärtsbewegung. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Keine gute Aktion vom Torhüter. Sie machen das Tor und irgendwie war es abzusehen. Ja, sie sind bislang eine stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Duziak. Harvard Nielsen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Griesbeck. Seguin. Und er geht an ihm vorbei. Die Gelegenheit. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr raus machen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Skiri. Anthony Modest. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Branimir Gotar. Ein Pass mit viel Auge. Jethro Willems. Gute Aktion. Eten. Seguin. Griesbeck. Ein Tor. Haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat sich einige gute Möglichkeiten erarbeitet. Eine davon auch für den Führungstreffer genutzt. Ein guter Auftritt bisher. Die Kölner sind mit zufriedenen Gesichtern aus der Kabine gekommen. Schauen wir mal, wie sich dieses Spiel jetzt entwickelt. So, rüber. Auf die andere Seite. Modest. Zieht ab. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Der war das einfach zu hart, zu druckvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle Aktion. Hier steht es. 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Dazu ein wenig die Präzision gefällt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Giorgio Meret. Er holt sich vorne den Ball. Schafft sie den Anschlusstreffer. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Jetzt der Ball. Erstmal geklärt. Willems. Griesbeck. Willems. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Sie können den Pass unterbinden. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore. Und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Der Versuch war harmlos. Itten. Griesbeck. Itten. Stark gemacht. Das könnte was werden. Was für eine Parade. Riesenszene. Ganz stark gemacht. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hin. Die Ecke kommt rein. Jetzt hat er den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Cedric Itten. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Gut. Anthony Modest. Schöner Pass jetzt. Ganz enge Kiste. Abseits. Oh, da dachte ich schon, das war richtig gut. Der Steilpass. Klasse. Aber die Szene wird abgepfiffen. Und jetzt wollen sie wechseln. Schnitts. 9 und 4. Die Nummer 19. Kings Lane. Easy to win. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Jetzt der Volley. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich. Was für eine Parade. Jetzt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Branimir Gotar. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Jetzt können sie kontern. Anthony Modest. So, Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. ganz starke Aktion vom Torhüter. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ecke kommt. Da ist der Ball erstmal raus. Mal gut. Er blockt die Hereingabe ab. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also. Diese Partie. Heute haben sie wirklich alles richtig gemacht. Ein klarer Ligasieg am Ende. Auch in dieser Höhe. durchaus verdient. Das war gut, was er heute angeboten hat. Und da ist es natürlich sehr kompletter sich. In der ersten Höhe. Der Weg ist der Ab 미국. Der Weg ist der Ab donations.